Guten Abend, Deutschland. Neulich deutschnaft, deutsch, vier deutsche, deutschlinge, deutschend. Sich über deutschend am Deutsch, welcher der deutscheste sei. Vier deutschnamig benannt, deutsch, deutscherich, deutscherling, deutsch dich. Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht. Jetzt wetteutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit, deutscheren Komparativ, deutschesten Superlativ. Drauf durch Komparativ und Superlativ fortdeutschend, deutschten sie auf bis zum deutscherestestesten, bis sie vor Komparativisch und Superlativischer Deutschung den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt. Von unserem Korrespondenten Friedrich Rückert Verstattung im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020